Ja, nächstes Level. Und es geht schon gleich gut los mit einem Video. Oh, du weißt, was das heißt. Ah, was ist das für ein widerliches Schlammteil? Muss ich das töten? Könnte sein, da liegt so viel Moon rum. Ich geh mal ein Stück davon aus, dass ich das töten muss. Wow. Keine Ahnung. Das sind komische Blubberblasen hier. Das sind für scheiß Blubberblasen. Tut ihm das weh? Ich will es doch hoffen. Oh. Oh. Und das bis hin. Ja, was soll ich jetzt hier machen, ey? Du hast doch mal stehen, du Teil. Hallo. Ey, willst du jetzt die ganze Zeit über mich rumlatschen, oder was, ey? Oh, ey. Ach, fuck. Ey, noch mehr Blubberblasen. Na, komm, nehmen wir das Ding hier, das war ja ganz cool. Dann gehen die Blubberblasen nicht kaputt. Hm, ein bisschen eintönig irgendwie, weiß ich nicht, ob ich hier was falsch mache. Oh, da kommen noch ein paar. Super, jetzt ist hier mittlerweile fast alles leer geballert, ey. Ah, scheint irgendwie gegen Schrot empfindlich zu sein, hä? Wo soll'n hin? Ah. Ist hier irgendwie ein Dreck oder so? Wow. Hallo, was sind das für komische Kugeln? Alter. Na ja, haben wir noch ein bisschen... Ach, jetzt stoppt er natürlich, ey. Wow, 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 wow. Ah. Oh, komische Kugeln? Na. Oh, wie lang denn noch, ey? Ich irgendwie sehen würde, ob das Wirkung zeigt, was ich hier mache. Irgendwie habe ich das Gefühl zeigt es nicht. Also komische Kugeln irgendwie, oh nein. Super, jetzt habe ich das auch leer geschossen hier. Ah, was war das? Oh, ich glaube, wir haben's. Oder? Maybe? I don't know. Eif, Eif, wo bist du? Nein, das habe ich nicht. Denk nicht mal daran, den Wasser anzubrechen. Ich wollte keine Betrüger. Ja, das ist klar. 5 Minuten 17. Okay. Schätze, wir haben's geschafft. Tötet das Humpfding innerhalb von 4 Minuten. Okay. Sind wir wohl ein bisschen drüber. Na ja. Okay. Level geschafft. Nächstes Kapitel wartet auf uns, würde ich sagen. Das dann aber im nächsten Let's Play. Bis dann. Macht's gut. Euer Chris Smith. Tschüss.